Das ist jetzt gerade ein sehr spannender Moment, denn wir drehen von unserer neuen Serie die erste Aufnahme, die wir vorhin rausgefunden haben, brauchen wir Fahrräder, vier Stück. Wir müssen das ein bisschen klippiger schneiden, also die Videos haben einen anderen Stil so ein bisschen, weil wir sind nämlich jetzt schon im Fahrradladen, siehst du? Ihhh, Edelhelfer. So, wir brauchen vier Fahrräder, im Idealfall billig und kurz vor Tod. Bist du genau richtig hier bei uns? Eigentlich nicht. Nicht. Nicht erschrecken, das sind wirklich richtige Möhren. Ehrlich? Ehrlich? So gut noch? Ja. Bist du bescheuert? Ah, warte mal, aber keine Ahnung, ne? Doch. Ehrlich? Hugo Ricard. Oh geil, ey geil. Hugo Ricard. Ey, das ist doch zu schade. Richtig geil ausgestattet. Die Kenner werden es wissen. Dura Ace Shimano. Weißt du das allergeilste was gibt? Allergeilste was gibt. Könnt ihr haben. Das Fahrrad. Ja. Mit den Laufrädern. Joi, das ist doch viel zu gut. Wir laden die ein. Wir danken, wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Sehr gerne. Und zwar zum Thema Kette. Ja. Und wir werden bestimmt noch hier und da Fragen haben. Auf jeden Fall. Aber mit dem Rad bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das die beste Idee ist. Das ist doch echt so ein schönes Fahrrad. Wirklich. Nimm mit. Ja okay. Gut, wir laden auf. Vielen, vielen Dank. Und wir springen jetzt wieder in die Werkstatt. Ich weiß nicht wo wir das reinschneiden, aber das kriegen wir schon hin. Es ist alles ein bisschen lustig. Bis gleich. Wie ihr wisst, haben wir ja die Schaltseile aus dem Phaeton raus, die in RS4 kommen. Da habe ich ja schon wieder eine auf Geheimniskrämer gemacht und hab gesagt, wir machen irgendwas anderes damit. Das ist begebensetzt. Dieser wunderschöne Phaeton. Dieses KFZ werden wir ganz besonders umbauen. Auf eine besondere Leistungssteigerung. Okay, ready? Ready. Jetzt geht's los. Wir rupfen das mal raus und dann wird's komisch, so wie wir es noch nie gemacht haben. Bis gleich. Das hier alles ist ein Phaeton. Wir wiegen ihn jetzt mal. Ganz normal Phaeton, ne? Also so ist das. 982 Kilogramm. Das Ziel war unter einer Tonne. Der wiegt jetzt 982 Kilo. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was wir daraus bauen. Und zwar ein Fahrrad. Ich stehe hier irgendwo zwischen Fußraum, Beifahrer und Motor und Getriebe. Hier bin ich im Getriebe, hier bin ich im Motor. Also, wir haben hier schon mal einen... Oh, das wird aber noch nicht gut finden. Momentan sieht es so aus, als ob der Beifahrer treten kann. Die hinteren beiden Leute. Aber der Fahrer nicht, weil Lenkrad... Aber bequem ist es. Und innen hat man die Holzklasse mit. Das ist die Holzklasse auch. Das ist die Holzklasse. Ja. Ich finde das hier auch echt ziemlich chillig so. So im Sommer... Kannst du den Kopf noch bräunen? Muss ich das? Weiß ich nicht. Da hast du ja deine Käppi auch. Ich hab echt gedacht, dass man wirklich immer noch so richtig schieben muss, ne? Aber guck mal, guck mal. Jo. Wo bist du? Äh, wo? Bist du unterm Tisch, oder was? Wir brauchen dich im Werkstatthof in drei Minuten. Okay, ich komm. So, und jetzt geht's nämlich los. Unser Treton ist nämlich startklar zu fahren. Wir haben einmal Flo, aka Bubble Butt. Manni ist am Start. Hallo. Grüß dich. Innen drin haben wir Momo. Hallo. Also, da das auch alles ein Prototyp ist. Wir wollen ja in Großserie gehen damit, ne? Was ja ganz klar ist. Der kommt ja auch wieder in den Konfigurator bei Volkswagen. Als Treton 2000. Jeder muss mit Gefühl treten. Wir müssen unsere Muskelkraft langsam aufbauen. Und wenn ich das gut verhält, würde ich auch abbiegen. Weil ich verstehe das Problem nämlich nicht. Wir haben Reflektoren. Weil soweit wir uns informiert haben, ist die Pflicht... Was war? Reflektoren waren Pflicht. Lichtanlage... Geh mal einen Taschenrappel mit. Es gibt ja kein Lichtreglement für ein Fahrrad. Soweit ich weiß. Hatte ich gerade auch gesagt. Aber die Jungs meinten doch. Aber guck mal, wie oft ich von der Polizei schon ein Fahrrad angehalten wurde. Hat mich keiner jemals auch gesagt für ein Licht. Außer beim hier. Fahrradführerschein. Ja, in der Schule früher. Was wiegst du ungefähr, Julian? 18 Kilo. Wo? 90. Flo? 85. Da kommt schon was zusammen, ne? Fast so viel, wie das Auto wiegt. Also zusammen, denk ich mal, sind wir so dann bei 1390 Kilo sowas. Aber wir haben dann auch 4 3 PS. Weil der Fahrrad, der ich bin, der kann nicht treten. Oh, das ist aber schade. Richtig. Ich bin nur fürs Lenken zuständig. Weil das ging nämlich nicht mit dem Lenkrad. Wenn man es wirklich probiert, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich sitz... Es ist echt geil. Ich sitz richtig gut. Wie ist es bei dir, Flo? Perfekt. Also, ich hätte auch gerne Pedale, muss ich ehrlich sagen. Also, wir müssen ganz, ganz, ganz smooth antreten. Sehr gut. Super. Aber ist okay, oder nicht? Ja, ist okay, klar. Bremsentechnisch seid ihr aber ausgerichtet, ne? Bremse habe ich hier. Ich habe hier so eine, so eine, so eine, so die alte Handbremse. Haben wir umfunktioniert. Ohne Rückspannfeder. Weißt, wenn ich trete, bremse ich und so kann ich dann fahren. Was wir noch nicht fertig haben, ist der Rückwärtsgang. Also, wir müssen mit viel Gefühl losfahren. Aber sicher doch. Treiben wir denn jeweils nur ein Rad an oder die ganze Achse? Ihr treibt das rechte Rad an. Ehrlich jetzt. Und du ein ganzer langes Linke, ja? Ja, sicher. Weil das ging nämlich nicht anders. Ich würde sagen, die Kamera vorne läuft. Also, ich würde sagen... Ich dachte, du bist ein bisschen der Gold. Ich ziehe es doch halt. Digga, ein Bärpunkt? Bist du verrückt vor allem, Alter? Aber alle heulen uns hier. Ja, aber jetzt komm. Ich würde sagen, 3, 2, 1, los. Das war der erste Gangwechsel. Auf keinen Fall in den Berg hoch, ne? Natürlich auch in den Berg hoch. Bremse funktioniert? Ja, Bremse... Funktioniert. Boah, ich dachte schon. Schön, dass du es aus dem Berg hoch geht. Und, gleich ist es frei? Ist frei. Ehrlich? Ja. Okay. Mann, ich schiebe! Oh, ich hab die Tür komplett gerissen. Ja! So anstrengend? Ja schon. Alter, das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Oh! Oh! Ketter ab! Ketter ab! Ketter ab! Shit! Okay, dann weiter, weiter, weiter! Stopp! Los, es klingt jetzt mehr! Ich bin der Einzige, der antrittbar ist. Ja, aber du machst es richtig gut, Julian! Ja, klar! Okay, jetzt müssen wir eben anhalten. Ja, tolle Idee! Okay, jetzt, jetzt hier! Und das! Ja! Jawoll, Julian! Gib alles für mich! Pass auf! Komm, Julian! Komm, Julian! Komm! Nein, ich weiß nicht alles! Nein, ich weiß nicht! Nein, ich weiß nicht! Ist das hier gerade illegal? Hallo! Morgen! Hey, der vorne ist die Polizei! Joey, jetzt musst du richtig reinhauen! Ja! Gibst du alle schon? Ja! Ja! Schön, dass ihr alle chillt, Alter! Die Chill greift hart in meinem Leben! Die Straße werken auf? Ja! Ja! Dann haben wir Temperaturkühler, ja? Ja! Perfekt! Oh, boy! Scheiße, da kommt die Polizei von vorne! Fahr rechts ran! Mach ich auch! Ah, die halten den, krass, die halten den TT an! Oh! Die halten den TT an! Das ist die Foliererin von... Ehrlich? Jo! Okay, dann bremse! Okay! Okay! Wow! Zum Glück haben sie die gekriegt! Ja! Digga, was wir haben schon in der Zeit? Guten Morgen! Polizei ist alle! Ja, ich weiß! Was machen die denn? War die jetzt dann fest? Die kontrollieren die? Nein, die ist weitergefahren! Die ist ja hier! Achso! Ich hab nichts eingetragen! Ehrlich nicht? Haben mich angehalten? Die Kette krieg ich hinten wieder drauf! Pass auf, Jungs! Wir machen jetzt folgendes! Wir schieben ihn mal eben in die Einfahrt! Run! Mein Schenkel platzen gleich, Alter! Was denn, wenn wir mal rote Nummern dran machen? Das ist ein Kfz! Also das ist echt die riesengroße Frage, ne? Wenn ich jetzt rote Nummern dran mache, dann würde ich ja so tun, als ob es ein Auto wäre, aber es ist ja kein Auto! Es ist ja ein Fahrrad! Ja! Jetzt hier drauf, ja! Okay! Geil! Ich ruf mal einen Rechtsanwalter! Ich habe eine kleine Frage an Sie. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Phaeton umgebaut zu einem Fahrrad. Hä? Es befindet sich kein Verbrennungsmotor, kein Getriebe, nichts mehr in dem Auto. Aber es sind drei Pedale drin, wo Leute treten können. Es sind Reflektoren an diesem Phaeton dran. Ist es ein Fahrrad oder ist es ein Auto? Ja, es ist auf jeden Fall kein Auto, weil kein Motor drin ist. Und dafür hat die Zulassungsvorschrift nicht Geld. Muss ich nachgucken, kann ich dir so 100% präzise nicht sagen. Muss ja sofort wissen. Technisch gesehen ja. Technisch wieso? Willst du damit jetzt fahren? Nee, wir sind schon gefahren. Jetzt sind wir gerade in der Straße eingebogen, weil vorne die Polizei steht. Und ich wollte eine unangenehme Situation vermeiden. Okay. Ich kläre das sofort. Ich merke mich in einer Minute. Bis gleich. Ciao. Die übersteckige Prüfung hat ergeben. Ist ein Fahrrad. Hä? Nochmal? Es ist ein Fahrrad. Ehrlich? Ja. Das ist echt ein verdammt cooles Fahrrad, muss ich sagen. Ist ein cooles Fahrrad. Ist auch noch tunbar. Habt ihr denn schon einen feinen Kontakt? Aber es ist ein sicherer Hinterhof-Lager. Okay. Ja. Na cool. Okay, bis gleich. Sollen wir mal zurückschieben zur Straße? Was ist denn immer noch da? Jetzt starten Sie die Kfz. Die fahren sogar in unsere Richtung. Die Kette ist gerissen. Die Kette ist gerissen. So, bist du noch am Start? Ja. Oh. Ah. Lass ja keinen Koffer raus. So, ich wicke jetzt nach vorne ab, ja? Oh. Ja, ausgesinnt. Ja. Ja. Schönen Sie alle? Oh. Oh. Oh, die Schiffschaukel. Oh. 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 Also er fährt, wir müssen noch ein, zwei kleine Feintuning-Sachen machen und dann will ich auch irgendwie ein Dokument, was uns erlaubt, dass wir wirklich damit fahren dürfen. Dokumente sind in Deutschland ja sehr viel wert. Nicht. Tschüss.